Die Reise von Annalena Baerbock nach Südamerika dokumentiert nicht nur das außenpolitische Versagen Deutschlands, sondern auch nach unserer völligen Ignoranz gegenüber den globalen Entwicklungen, auch und insbesondere beim Thema Klimaschutz. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und ich hatte ja direkt vor einigen Tagen schon ein Video dazu gemacht und habe gesagt, oh nein, Baerbock fliegt nach Brasilien und nach Südamerika. Hoffentlich hält sie sich zurück mit den ganzen Belehrungen und anderen außenpolitischen Debakeln, die wir in der Vergangenheit erlebt haben. Ja, jetzt, wo sie 100.000 Kilometer extra nach Südamerika gereist ist, ich meine natürlich 10.000 Kilometer. Aber wir haben tatsächlich Glück gehabt, denn sowohl der Präsident Brasiliens Lula als auch sein Außenminister hatten schlicht keine Zeit für Baerbock. Und so hat sie sich einfach mit dem stellvertretenden Außenminister Brasiliens getroffen und durfte dort sogar eine Rede halten, in der sie auch wieder vor autoritären Staaten, wie zum Beispiel China, indirekt gewarnt hat, was sowieso bei Präsident Lula nicht gut angekommen wäre, da ja China mit großem Abstand der wichtigste Handelspartner für Brasilien ist. Von daher kann man an dieser Stelle sagen, gute Nachricht für uns. So konnte man wenigstens nicht wieder in irgendein außenpolitisches Fettnäpfchen treten. Aber ein anderer Punkt, und da habe ich mich in den letzten Tagen noch mal so ein bisschen eingelesen, ist ein viel wichtiger. Und zwar rühmen sich die Grünen ja die ganze Zeit über all ihre ganzen tollen Klimaschutzprojekte und Heizungsenergiegesetze und all die ganzen Maßnahmen, die sie aktuell versuchen umzusetzen, um eben mit Ach und Krach in Deutschland die CO2-Produktion nach unten zu bringen. So, und neben dem Fakt, und das ist ja auch ein häufiger Kritikpunkt, der nicht nur hier in meinen Videos, sondern auch in vielen anderen immer wieder angebracht wurde, war, dass, hey Leute, Deutschland gerade mal für 1,8% der weltweiten CO2-Produktion verantwortlich ist und dass, wenn wir ganz alleine irgendwelche Maßnahmen machen, die noch nicht mal funktionieren in der Praxis, aber selbst wenn sie funktionieren würden, es immer noch nicht auf globaler Ebene so viele Auswirkungen hätte, ja natürlich ist das jetzt keine Entschuldigung oder keine Rechtfertigung, selber nicht tätig zu werden, aber man muss es natürlich trotzdem immer in einem gesamtpolitischen und auch geopolitischen und vor allem wirtschaftlichen Kontext einbinden, weil es halt eben sonst, wie man ja auch aktuell in Umfragen sieht, ja droht, dass die Leute halt einfach den Anschluss verlieren und sagen, hey, wir können uns diese ganzen Experimente schlicht nicht leisten. Aber jetzt kommt ein ganz anderer Punkt dazu. Leider ist es nicht mal so, dass wir weniger CO2 unbedingt produzieren. Zwar in Deutschland, aber häufig wird einfach nur diese Produktion verlagert in ein anderes Land. Und das hat jetzt auch diese Reise nochmal sehr gut dokumentiert, zumindest hier für mich, wo ich das Ganze auch recherchiert habe. Und jetzt habe ich gesehen, dass nämlich Baerbock unter anderem auch in Kolumbien unterwegs war. Und ja, früher war ja auch dieses Jahr bereits Habeck dort vor Ort und hat sogar Kolumbien gelobt für seine Dekarbonisierungsstrategie und so weiter. Aber ja, ich weiß nicht, wie viele Netflix-Serien ihr dazu schon geschaut habt, dann wisst ihr ja, Kolumbien war ja damals auch vor allem bekannt für gewisse andere Exporte. Aber eine Sache, die sie vor allem jetzt immer mehr und mehr exportieren, vor allem nach Deutschland, ist die sogenannte Steinkohle. Und zwar gibt es hier in Kolumbien eine der größten Steinkohleminen der Welt. In Kolumbien sowieso eine der größten, ich glaube sogar in ganz Lateinamerika. Und zwar ist die hier im Nordosten von Kolumbien, direkt hier an der Küste. Und zwar nennt die sich El Cerijon. Und das ist halt hier, wie gesagt, ein gigantisch großes Gebiet. Ja, da könnt ihr auch sehen, wie viele Tonnen da jedes Jahr. 32 Millionen Tonnen oder was sind das da jedes Jahr. Und zwar vor allem von Anglo-American, von Glencore. Das ist ein Schweizer Unternehmen. Und BHP, ja, das sind die betreibenden Gesellschaften. Schaut mal, die gibt es bereits seit 1985. Was ist jetzt so brisant und was ist jetzt so relevant hier an dieser Mine? Nun, noch, und da gibt es hier auch in Deutschland den sogenannten Verband für Kohleimporteure. Und es gibt natürlich für alles immer entsprechende Verbände. Und das ist für uns interessant. Um, das habe ich mal mir angeschaut, auf Seite 16, da sieht man nämlich die Steinkohleimporte von Deutschlands. Ja, und zwar aus den unterschiedlichen Regionen. Aus Russland, USA, Australien, Polen, Südafrika, andere und Kolumbien. Da sieht man so in den, sozusagen in den einzelnen Ländern, also beziehungsweise in den einzelnen Zeitpunkten. Tatsächlich, ja, wurde jetzt in den letzten Jahren weniger Steinkohle importiert. Jetzt wurden ja auch in Deutschland direkt wieder selber eigene Kraftwerke in Betrieb genommen für Braunkohle, Steinkohle und so weiter. Und jetzt ist das Interessante, schaut mal hier, Kolumbien ist in grün. Da ist der Import zwar jetzt in den Jahren davor dramatisch nach unten gegangen, aber seit 2020 ist er wieder am steigen und machte 2021 6% der Importe von Steinkohle aus. Und jetzt kommt das Interessante, ich habe hier in einem weiteren Bericht gelesen, wie war es denn 2022? Und zwar ist das auf 16,3% gestiegen. Was jetzt Deutschland ein Steinkohle aus, also aus direkt Kolumbien, aber auch indirekt aus Holland fördert, weil Holland auch einer der größten Importeure ist von dieser Steinkohle. Und in Kolumbien laufen viele Umweltaktivisten jetzt Sturm und haben auch Baerbock angeraten, mal diese Mine und so zu besichtigen, wo die teils unter halt ziemlich schlechten Bedingungen arbeiten. Und vor allem geht es auch darum, dass dort in dieser Region ein extremer Wassermangel herrscht, weil durch diese ganze Staubproduktion der Kohlemine sehr viel Wasser gebraucht wird. Und insgesamt, nehmen jetzt einige Verbände dort an, bereits schon 7000 Kinder an Unterernährung und so weiter gestorben sind, weil es dort einfach zu wenig brauchbares Wasser gibt. Und das, finde ich, schon wieder zeigt so ein bisschen die Strategie anscheinend, dass man versucht, Deutschland hier so grün zu waschen und zu sagen, passt mal auf, wir fahren hier die Kernenergie runter, wir fahren hier alle anderen irgendwie schmutzigen, aus unserer Definition, ist ja nicht die wissenschaftliche Definition, sondern einfach die ideologische Definition, dass Kernkraft sozusagen schlecht ist, obwohl sie ja sehr sicher ist und sehr sauber, das fahren wir alles runter, was in Deutschland irgendwie anfällt, damit wir schön unsere Statistiken vorweisen können und die ganzen dreckigen Produktionen und so, die importieren wir einfach aus den ganzen südamerikanischen Ländern und so weiter. Und natürlich auch dort, wo es auch keine nervigen Umweltaktivisten gibt, die irgendwie demonstrieren oder Klimakleber, die sich dort festkleben, weil in Südamerika leben diese nämlich sehr gefährlich. Da riskiert man nämlich jedes Mal sein Leben, wenn man da in irgendeiner Art und Weise demonstriert. Ja, deswegen bleiben ja auch die letzte Generation und so schön immer im sicheren Deutschland, wo sie noch schöne Nahrungsmittel auch bekommen während ihren Demonstrationen und so weiter und wo sie keiner zu hart anpackt, ja. Aber das ist doch der absolute Wahnsinn. Man importiert sozusagen die dreckige Kohle und somit die dreckigen Strom und die dreckige Wärme, sorgt auch noch in den Ländern für massive Umwelt- und sogar menschliche Probleme, nur um sich in Deutschland dann irgendwie reinzuwaschen. Und man hätte das alles vermeiden können, diesen starken Anstieg dieser Importe aus Kolumbien, indem man einfach die Kernkraftwerke, die in Deutschland sicher und top gelaufen wären, ja, weiter in Betrieb genommen hätte oder sogar noch ausgebaut hätte. Dann hätte man nicht nur saubere Energie, man hätte nicht nur dem Klima geholfen, sondern man hätte vielleicht auch einige von diesen Todesfällen in dieser Region vermeiden könnten. Wobei, das ist natürlich auch eine schwierige Aussage, weil schlussendlich hätte dann vielleicht irgendein anderes Land diese Steinkohle importiert. Aber zumindest hätte man hier nicht weiter dazu beigetragen, dass die Nachfrage dort immer weiter steigt. Und nur nochmal zum Ende des Videos die Statistik zu zeigen, zur Sicherheit, was menschliches Leben, und das ist nun mal, finde ich, auch immer ein hohes Gut, ausmacht die Todesraten pro Einheit von Elektrizitätsproduktion, Braunkohle und Kohle ganz oben bei den Todesraten. Und das liegt jetzt nicht irgendwie an dem Wassermangel, der erzeugt wird dabei, das ist nur ein indirekter Aspekt jetzt in dieser Region gewesen, sondern das liegt natürlich auch an vor allem der Luftverschmutzung, die entsteht. Vor allem natürlich für die Leute, die dort in diesen Minen arbeiten und so. Das sind doch die eigentlichen Statistiken, über die man mal reden sollte. Wo sieht man bitte in der Presse auch mal wirklich die Berichte darüber? Wo sind die Untersuchungsausschüsse? Wo sind die Bundestagsreden der Grünen, wo man tatsächlich sagt, hey, hier geht es um menschliches Leben, was es zu schützen gilt, wenn man sich immer so sozial hinstellt und so. Das sind doch die wirklich relevanten Dinge. Und hier sieht man, die Nuklear, also die Kernenergie, ist hier ganz, ganz, ganz sicher im Vergleich, okay? Sogar noch sicherer als Wind, Herr Gott, noch einmal. Also das ist doch wirklich eine absolute Farce, die hier wieder abläuft. Also das ist doch, wie geht es in denvestigenden Raum. Vielen Dank.